Hallihallo und willkommen bei X4 Guides, den 5 Minuten Guides mit dem Abschluss des Fabrikenbaus und dem Thema Handel. Wir springen in unser Cockpit, um uns einen Überblick zu verschaffen. Jawohl, docken Sie an, kaufen Sie, machen Sie uns glücklich. Wir wollen jetzt schauen, dass wir Produkte, die unsere Fabrik verkauft, beziehungsweise wir auch steuern, dass die Fabrik einkauft. Das können wir alles planen in der logistischen Übersicht. Klickt das mal an. Ihr seht hier, die Zulieferung beginnt bereits, wie in der letzten Folge gezeigt, liefern unsere Miner jetzt die Produkte an. In der Produktion seht ihr auch schon, dass die Produktion gestartet ist und in Grafen für die veredelten Metalle fehlen uns hier noch etwas Erz. Und ganz im letzten Feld seht ihr praktisch euer Endprodukt oder Endprodukte, je nachdem, wie ihr euren Komplex oder eure Fabrik ausgerichtet habt. Wenn ihr jetzt hier auf diesen Pfeil klickt, mit der linken Maustaste, seht ihr hier einige Dinge, die ihr anschauen könnt. Bei den Hüllenteilen zum Beispiel die Produktionszyklen für alle Fabriken oder bei einer einzelnen. Wenn ich jetzt hier ganz nach rechts klicke, sehe ich meinen Laderaum. Ihr seht schon, ich habe hier bereits ein paar Hüllenteile produziert. So, jetzt haben wir den Funk mal stillgeschaltet. Also, wenn ihr auf Hüllenteile geht, seht ihr hier nun, wie viel ihr bereits im Lager habt und könnt beeinflussen, wie viel verkauft werden soll. Standardmäßig ist eingestellt automatische Verkaufsmenge, das heißt, euer Manager wird einfach alles verkaufen. Hier könnt ihr sagen, er soll etwas zurückhalten, wenn ihr zum Beispiel für eure eigenen Produktionen Produkte zurückhalten wollt, könnt ihr einstellen, zum Beispiel 10.000 und dann wird er erst ab 10.000 verkaufen. Bei der Preisfindung ist es ähnlich, je größer euer Lager ist, desto kleiner wird euer Manager den Preis einstellen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte meine Produkte immer zum Maximalpreis verkaufen, könnt ihr hier den Preis festlegen. Ich empfehle euch allerdings, die automatische Preisfindung aktiviert zu lassen. Es gibt dann noch Handelseinstellungen, wo ihr explizit bestimmen könnt, mit wem eure Station handeln soll und wem nicht. Das ist allerdings ein etwas fortgeschrittener Bereich, den ich in einem Extra Guide erklären werde. In den Standardeinstellungen ist es einfach so, dass euer Händler den Handel übernimmt und für euch arbeitet. Was ihr allerdings tun könnt, ist eigentlich auch ein fortgeschrittener Bereich, aber vielleicht für den Handel nicht ganz unwichtig, wenn ihr keine Zwischenprodukte verkaufen wollt. Das heißt, ihr habt eine Fabrik, die mehrere Ebenen hat in der Produktion und möchtet nur die Endprodukte verkaufen. So müsst ihr in die globalen Einstellungen gehen. Das ist hier oben. Wantschgall drücken. Dann auf diese Kugel drücken. Und ihr seht jetzt hier die Handelsregeln. Ihr erstellt hier eine neue Handelsregel. Benennt diese Handelsregel wie ihr wollt. Ich nenne sie hier jetzt keine Zwischenprodukte. Und jetzt gehe ich hin und sage Fraktion hinzufügen und entfernen. Das heißt, hiermit lege ich fest, mit wem diese Station die Zwischenprodukte handeln soll. In dem Fall drehe ich das Ganze um mit alle Fraktion beschränken. Das heißt, nur mit mir. Das bewirkt, dass fremde Fraktionen jetzt keine Zwischenprodukte mehr kaufen können bzw. verkaufen können, wenn ich das nicht möchte. Das Ganze speichere ich jetzt. Änderung übernehmen. Gehe nochmal auf die Station und zwar auf die logistische Übersicht. Und kann jetzt sagen, hier zum Beispiel Energiezellen wäre hier jetzt als Kauf eingestellt. Das heißt, mein Manager würde diese einkaufen. Das möchte ich nicht. Deswegen sage ich einkaufen. Keine Zwischenprodukte. Jetzt wird er keine Zwischenprodukte mehr einkaufen. Das gleiche kann ich machen bei Verkauf. Ich sage, Energiezellen sollen nicht verkauft werden, wenn ich das möchte. Wähle hier keine Zwischenprodukte und es wird nicht mehr an andere Rassen verkauft. Das gleiche kann ich hier zum Beispiel bei den Grafen machen. Ich möchte nicht, dass er Grafen zukauft. Keine Zwischenprodukte auswählen. Wenn ich nicht möchte, dass er Grafen verkauft. Wir wissen allerdings, dass er einen leichten Überschuss hat. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier sagen, Verkaufsmenge. Er soll aus. Die Hälfte behalten. Die Preisfindung lassen wir ganz einfach, wie sie ist. Und kann diese Einstellung verlassen. Das heißt, er wird dann bis 4000 Einheiten verkaufen. Und nicht weiter. Ich möchte aber nicht, dass er einkauft. Habe ich hier schon eingestellt. Keine Zwischenprodukte. Und zu guter Letzt haben wir hier dann die veredelten Metalle. Ähnlich wie bei den Grafen. Ich möchte nicht, dass er die zukauft. Das heißt, keine Zwischenprodukte. Ich möchte nicht, dass er mir alles verkauft. Also, ich gehe ganz einfach ein Test, was ich mir zurückhalte zur Sicherung. Und bei den Hüllenteilen, dass ich alles viel gehabt habe. Kaufangebot ist hier keins eingestellt. Denn er soll ja keine Hüllenteile kaufen, sondern nur verkaufen. Das war schon. Somit ist die Station jetzt für den Handel eingestellt. Und die fremden Fraktionen können bei euch einkaufen oder gegebenenfalls, wie ihr es einstellt, auch verkaufen. Zu guter Letzt könnt ihr natürlich, wenn ihr nicht abhängig davon sein wollt, dass die Händler euch anfliegen, der Station Handelsschiffe zuweisen. Nämlich eure eigenen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen RQ. Das ist ein M-Transporter. Und das funktioniert ähnlich wie mit den Schürferschiffen. Dieses Schiff kann ich meiner Station, meinem Manager zuweisen und ihm sagen, du tust dir bitte meine Produkte für mich verkaufen. Das heißt, linksklick, rechtsklick auf die Station. Und jetzt seht ihr hier schon für den Kommandanten handeln. Ihr wählt einfach eines aus, was noch frei ist. In dem Fall nehme ich hier jetzt Beta. Und schon wird der Merkur zugewiesen. Das dauert meistens einen kleinen Augenblick. Schon ist es geschehen. Und wenn ihr jetzt hier auf rechtsklick Information geht und auf die Schiffseigenschaften, auf die Schiffsbefehle, seht ihr, er hat bereits einen Befehl bekommen. Er dockt gerade an eurer Station an, holt Hüllenteile ab und verkauft die an die Argon Schiffswerft. Um jetzt einen Überblick zu bekommen, wie sieht es denn eigentlich mit meiner Station aus? Was macht die denn für Umsätze? Wie ist dann der Kontostand? Wie komme ich eigentlich zu dem Geld, zu den Credits? Geht ihr auf die logische Übersicht. Ihr seht hier das Stationskonto. Ihr könnt der Station jetzt den Link schiebt, das Geld auf euer Konto überweisen. Wenn ihr das nach rechts schiebt, könnt ihr Geld auf die Station überweisen. Euer Manager wird, wenn ihr das so eingestellt habt, das Geld verwenden, um zum Beispiel Zwischenprodukte einzukaufen. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Ihr könnt natürlich eure Station auch versorgen mit Rohstoffen, indem ihr einfach die benötigten Materialien einkauft und keine eigenen Miner verwendet. Das heißt also, wenn die Station jetzt hier zum Beispiel ein paar Credits hat und hätte keine Miner, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel einstellen, er soll mir bitte einkaufen. Dann wird er das Geld verwenden, um diese Materialien einzukaufen, was natürlich euren Gewinn etwas wünscht. Ja, zusammenfassend ist es eine grobe Übersicht der Handelsmöglichkeiten, der Handelseinstellungen mal für Anfänger. Es gibt noch viele, viele kleine Punkte, die man optimieren kann, auch in der Produktion, was die Produktionssteigerung durch Personal betrifft, etc. pp., was die globalen Einstellungen betrifft oder die Handelseinstellungen betrifft, welche Schiffe man wo verwendet, welche Produkte man wo platziert bei den Preisinstellungen. Das ist allerdings für das Thema Anfängergeld etwas zu viel. Wir wollen ja einfach erstmal nur die Grundlagen abzeigen. Wir werden sicherlich die Feinheiten in einem späteren Guide wieder zur Sprache bringen. Damit schließen wir den Fabrikenbau. Ich hoffe, ihr hattet hier einen groben ersten Eindruck, wie das Ganze funktionieren kann. Und Freunde, wenn ihr uns wieder besucht und den Guide anschaut, in diesem Sinne, Captains, allseits guten Flug, macht's gut, ciao, baba. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.